Hallo zusammen! In diesem Video zeige ich Ihnen unsere CharlieWissen E-Learning-Plattform. CharlieWissen ist eine vollständig webbasierte und interaktive Lernwelt, welche Sie und Ihr gesamtes Praxisteam von überall nutzen können. Auf Ihrer persönlichen Startseite finden Sie neben Ihren aktuellen Lerneinheiten beispielsweise unsere Empfehlungen und auch Neuerscheinungen. In Ihrem Lernplatz sind alle Trainingspläne beispielsweise erforderliche, welche Sie beim Start mit Charlie unterstützen, oder auch optionale Lerneinheiten, mit welchen Sie Ihr bereits vorhandenes Know-how aufbauen können. In der Lerneinheit Grundlagenwissen finden Sie verschiedene Lernpfade. Neben vielen Kurzvideos sehen Sie auch Handouts, Lernmittel, Übungen und auch einen Wissenstest, mit welchem Sie Ihren persönlichen Erfolg prüfen können. Alle Trainingseinheiten, sowohl erforderliche als auch optionale, können Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen und in Ihrem Tempo bearbeiten. So sind Sie völlig flexibel und entscheiden für sich individuell, welche Themen für Sie interessant sind. Der Katalog gibt Ihnen eine tolle Übersicht über all Ihre Veranstaltungen und Kurse und von hier aus können Sie sich auch direkt zu einem unserer Webseminare anmelden. Um immer up-to-date zu bleiben, erhalten Sie über Charlie Wissen den Zugang zu unserer Community. Hier werden Sie über alle wichtigen Ereignisse rund um Charlie und Ihre Lernwelt informiert. Sie können sich hier mit anderen Charlie-Usern austauschen oder auch sehr gerne mit uns in Kontakt treten und Ihre Fragen an uns Schulungsdamen loswerden. All Ihre abgeschlossenen Lerneinheiten, erreichte Zertifikate oder auch besuchten Veranstaltungen können Sie jederzeit im Bereich Erfolge nochmals nachschauen. Zusätzlich haben Sie einen persönlichen Kalender, welcher Ihnen eine tolle Übersicht über all Ihre bevorstehenden Ereignisse bietet. Sie haben noch Fragen? Setzen Sie sich mit uns jederzeit in Verbindung.